Und damit bin ich stolz und herzlich willkommen hier zum nächsten Euro 2024er Orakelvideo auf meinem Kanal. Heute 18 Uhr geht es direkt weiter. Nach dem Eröffnungsspiel gestern in Deutschland geht es weiter mit dem Kracher Spanien gegen Kroatien in der Gruppe B. Natürlich habe ich wieder fünf Päckchen am Start und denke natürlich auch daran, in den YouTube Shorts Videos vorbeizuschauen. Es gibt auch TikTok Videos täglich und Instagram Reels auf Instagram 19, Päcksenleitet 96, TikTok Päcksenleitet und hier auf YouTube natürlich. Ihr habt ja meinen Kanal hoffentlich alle abonniert. Falls ihr nicht abonniert habt, dann einfach kostenlos abonnieren, weil dann kriegt ihr auch die Benachrichtigung zu den YouTube Shorts. YouTube Shorts lade ich auch täglich Videos hoch. Also gern vorbeischauen. Let's go! Spanien, Kroatien. Mal gucken wie das ausgeht. Italien, Ungarn, England, Island und Dänemark. Dann haben wir Albanien. Italien müsste das sein. Schottland, Portugal, Serbien, Österreich. Halbzeitpause 0-0 zwischen Kroatien und Spanien. Oh, Purple. Purple, Joschko Guardiol mit dem Doppelpack. Ich hasse es nicht. Joschko Guardiol mit dem 0-2 und Amrik Laporte mit dem Doppelpack. Das war noch nicht der Frisch, aber 1-2. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir Action in der Partie. Action. Action, Action. Bosnien. Kroatien. Mit dem Deckel. Fragezeichen. Domagui wieder. 1-3. Jamal. Slowakei, Slowenien. Okay, okay, okay. Let's back. Es muss schon eigentlich ein Shiny-Sticker kommen. Es kommt kein spanischer Shiny-Sticker. England, Niederlande und das war's. Kroatien gewinnt das Auftaktspiel gegen Spanien mit 1-3. Lasst ein Like, dann lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.